Hallo, grüß dich, da ist die Pia von faste dich ganz. Ja, mein sechster Fastentag ist schon zu Ende und ich habe heute einen schönen Tag mit Freunden verbracht. Wir waren zum Brunchen eingeladen und das war ein bisschen herausfordernd für mich. Ich habe beim Brunchen dann nur meinen Saft getrunken natürlich und habe das Fasten trotzdem gemacht. Und ich habe gemerkt, das ist ein bisschen ein Glusttag da gewesen, der Glust aufs Essen wieder. Hunger habe ich aber keinen verspürt und dazu habe ich heute einen Impuls für dich. Ganz viele Menschen essen immer nach dem, was sie gerade Lust haben. Aber ganz wenige vertrauen da auf das Gefühl und fühlen mal rein, tut mir das gut, tut mein Körper das gerade gut, was ich zu mir nehme. Und nehme mir einmal ganz bewusst wahr, welches Gefühl man dazu hat zum Essen und welchen Bezug. Und das ist auch mein Tipp für dich heute. Wenn du das nächste Mal etwas zu dir nimmst, nehme mir einmal ganz bewusst wahr, was du da vor dir hast. Spür einmal rein, ob dir das auch gut tut. Und dann vertraue auf dein Körpergefühl und handel dir danach. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht einmal nach Lust essen sollte oder so. Sondern einfach immer wieder das Gefühl mit einbindet und dem man vertrauen lernt. Und vor allem den Körper wieder besser spürt. Ja, in dem Sinn wünsche ich dir viel Freude oder viel Spaß mit deinen Erfahrungen und erkenntnisreiche Momente dabei. Und noch einen feinen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann paleis falls dir die Vielen Dank.